Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SHAYSHOCK LIVE! Heute mit dem... Warte, war ich das? Ja, wer mein Intro ja schon so oft gehört hat... Du weißt doch, das trifft immer den Ersten, den... Nicht falsch! Ich habe schon erwartet, dass er mitgekehrt, aber... Das ist halt blöd. Ja. Ich sagte doch, ich werde den Ersten nicht mehr. Und jetzt habe ich Schwarzschwanderer. Boah, bist du nett. Er wollte doch sowieso mit dir in ein Team. Ich weiß. Freut dich, dass du doch auch einen Fan gewonnen hast. Spaghetti! Ich freue mich, dass das nicht mein Team da ist. Das war... ... ein Glückschuss. Ja. Ja. So, ein Abwärts. Ja, ich werde gegrillt. Ja, schön. Ich kann jetzt die Fahrer aber nicht zusetzen, diese freilige Brandetur. Ja, wunderbar. Warum? Am Fell ist noch mehr drin als bei mir. Ja, aber du schwitzt es dafür eher aus. Dann hast du eine Suppe. Ja, und? Ach, das Double Damage und eingeht die Kiste. Ja, das war... Ich glaube nicht so von ihm geplant. Ich bin viel zu weit raus. Optimale Eigenschaden. Ja. Ja. Ja, mein Freund. Ja. Und? Nee. Dann hätte ich mich noch mal zu ihm von dem Dach. Braucht zum Feinde nicht wahr? So. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. So. Ich weiß, war wieder ein Streuschuss. Das stimmt. So, jetzt bin ich wieder ganz genau mit der Waffe die Minigun. Aber das dauert noch EETLECH! Glech! 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 Ich wünsche dir Happy Birthday. Bitte, bitte, bitte. Auf den solltest du gehen. Auf Fail, natürlich. Du musst doch die Leute mit ein paar Trick Shots irgendwie ein bisschen aktivieren. Du hast keine Trick Shots, du hast ja so Trink Shots. Die habe ich auch, aber die sind einer Gottes richtig. Ganz Jukenstein. Ja. Ist mir fast egal. Das ja nicht dein Kanal ist, ne? Ja. Du kannst doch einen Let's Drink Channel machen, wo du die ganze Zeit trinkst. Ich glaube, das wird dann wahrscheinlich wieder als nicht werbefreundlich eingestellt. Ja, du musst damit ja auch kein Geld verdienen, du. Womit soll ich die Shots dann bezahlen? Du kannst dich ja noch irgendwie auf Twitch... Oder es gibt so andere Seiten, wo du auch... Äh... Warum konntest du nicht stehen bleiben? Und den war es richtig keine Ahnung. Und den war es richtig keine Ahnung. Nein! Stopp! Das ist reichlich! Stopp halt! Nein! Ist da jetzt halt stopp oder stopp halt? Äh... Ist doch scheißegal. Ja! Ja! Es ist nicht egal. Du bist egal. Es ist nicht egal. Es ist nicht egal. Es ist nicht egal. Ja! Ja! Denk dir mal vor, Jan hätte den Scheiß machen müssen. Oh! Er würde sich freuen und sich vor Freude bepieseln. Ich glaube ich auch. Ich auch. Und das kommt von der falschen Richtung. Und was kriegt da? Counter 6000! In Cappuccino! Das ist auch nur ein 2% besser als der andere. Also... Ja! Mal gucken, wer von euch das... Ob ich... Ich mit dem Buket pfeile. Ja! Lass mich doch rein! Und jetzt kommt der Disco! Ja und jetzt fällt es mal richtig! Ist die Folge schon draußen wo ich mich dreimal gestoßen habe? Ja, könnte gut sein. Ja, das kann gut sein. Ja, kommt diese Woche. Scheiße! Da hätte ich mich gestoßen gehabt. Das war lustig. Ja! Für die anderen. Also für mich nicht. Es ist schon auf ein Grenzen oder Trotter. Aber ich finde es noch ne... Nein! Natürlich nicht! Das... Das... So... Ich lege meine Eier... Das kriegen wir diesmal zum Scheiß. Naja... Wie viel... Wie viel... Geht denn... 453... Okay, wir führen jetzt was mit den Punkten. Aber... auch nicht sehr viel... Auch nicht sehr viel... Und jetzt nicht mehr. Tja, ich zieh halt auch nicht mehr. Ah... Jetzt könnte es ja schon fast gleichsteckend sein. Ah... Kann ich mal nachgucken. Wenn die 40 Punkte schon kaum Unterschied gemacht haben, dann war das jetzt wohl der Ausgleich. Nee! Weiß nicht! Nö! Noch! Wir führen trotzdem noch! Nicht, wenn wir beide also... Jaa! Und ich solche Waffen zieh... Doch, ich krieg noch nicht mal das Päckchen mit der Waffe. Also das ist manchmal echt unpraktisch was man so zieht. Ja und du holst dir das Päckchen. Schön wär's. Es war ein bisschen klein. So, mal gucken ob der fällt. Eine gute Waffe wenn ich das gezogen hab. Jo. Achso, ich soll den Fälsch mal schließen? Ja. Bitte triff ihn selbst dafür dass er so dumm ist. Könnt das. Bin ich doch, ich bin eine Implident. Dank. Du sagst es und er tut's auch noch. Obwohl er euch noch mit 7 Damage drückt, aber trotzdem. Den meisten Schaden kriegt er. Schade. Hex, Hex. 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 Und 100er Kret. Hex, Hex. Wotmal, Mech. Wotmal, Mech. Wotmal, Mech. Ammer, Ammer und Wasser. Ja. Also das Wasser. Und. Na fast ich mach selbst getroffen. Fast. 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 Ja. Ja. Ich glaub der zieht gerade auch noch echt ein Bullshit. Ja. Schlechter Grundblitz. Du bist doch nicht der Alex, ey. Das ist doch sein Job. Ja, schlimmer. Du bist da zum Fail zu schießen. Und Crazy ist verrückt. Ja, 116 nach Klasse. Fast halbiert. Jetzt ist es halbiert. Ja. Ja. Ich danke dir. Warte. Okay. Und jetzt gibt es noch für den Fall noch eine Disco. Oh. Hier ist immer ein bisschen sehr fetisch zu dir in dieser Disco. Ja. R.M. ist genau mein Wohl. Ja. Ah, bochtig. Ja. Jetzt gibt es erstmal für ihn zu nahen. Wenn er halbwegs was Gutes zieht, kann er sogar Janni hinziehen. Ja. Nee. Das war halbwegs was Gutes. Ja. Und hier. 30 Amor und... Ach, die Waffe. Immerhin was besseres als das, was ich gezogen hatte. Auf die Distanz zumindest. Okay. Okay. Das war's dann. Die Runde kann ich abschreiben. Wenigstens kann ich noch Waffen levinen. Wenn ich welche ziehe. Nein. Ja. 228 schon. Ist nicht schlecht gewesen. Ach. Nicht 28. Ja. Stell mich doch nicht unter meinen Chef. Hast recht. Du hast mal gern Chef. Wenn man nicht mal was Vernünftiges zu sagen hat. Ja. 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 Sportrace. Was ist das? Was ist das? Ja. Nice. Das war wirklich nice. Und. Wenigstens. Der erste. Der erste. Schießen. So. Machst er das? Ja. Natürlich macht er das. Na ja. Wird auch. Weil. Schwerflinken. Mal gemacht. Ja. Das stimmt. Wenn er kriegt. Du brauchst ihn verkritten. Okay. Ciao. Ja. Hallo. Hallo. Rat mal wer wieder da ist. Ich höre ihn nicht. Ich habe ja doch noch mal einen neuen Läufen. Noch einen Läufen. Ich habe keinen Läufen. Okay. Dann ist der Fade gleich raus. Aber trotzdem vorher. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Habt ihr noch was zu sagen? Wollt jemand uns was sagen? Freut mich doch nicht. Und ich sage dann tschüss. Bis zum nächsten Mal.